So, willkommen zurück. Ja, wir sollen jetzt mit Kenny reden hier in dem Zelt. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ich wollte dich aufhören, um sicher, dass du okay bist. Du weißt, was es fühlt sich, um sich zu sterben, fast zu sterben? Es fühlt sich, um sich zu sterben. Es fühlt sich, um sich zu sterben, um mich zu sterben. Und dann bin ich wieder aufgewachsen und nichts verändert. Ich bin immer noch ein Bedeut, jeden Tag. Duck, Katja, Sarita, keine Frieden. Kenny, du bist... du bist nicht tot. Du hast gesagt, wir brauchen dich. Oh, ja. Weil ich so großartig gemacht habe in meinem Leben. Warum könnte Carver einfach mich auszuladen? Obwohl, ich hätte niemanden dabei sein können. Das ist nicht wahr. Du hast mich immer. Ich brauche dich. Hm. Ich habe dich. Ich habe dich hier wieder erwartet. Ich habe dich vor. Aber, ähm. Danke, dass du dich sagst. Ja, immer noch. Ich habe dich so gehalten. Es ist nichts. Ich habe mich noch nicht. Ich habe mich nicht mehr zu verletzt. Ich habe mich noch nicht. Es ist so, dass es sich umzuladen muss. Ich habe dich aufzuladen. Was ist jetzt los? Das ist so, wie es sich fühlt. Was passiert? Rebekah's water broke. Oh, oh. Oh, Christ. Wir sollten... Ich weiß nicht, was wir sollten. Oh, fuck. Das bedeutet, dass die Baby kommt, richtig? Kenny, danke Gott. Ich denke, die Baby kommt. Was machen wir? Alles klar, alles klar. Gib mir einen Moment. Keine Chance, Rebekah kann so gehen. Er ist richtig. Sie wird vieles Geräusch machen. Sie werden sie auch können. Jetzt haben Sie keine Wahl, als zu locken und raus. Was müssen wir erst machen, Kenny? Kenny, komm mal, du musst aufhören. Genau, genau, sorry. Wird ein Wasser für eine Sache. In Blankets. Und wir müssen raus aus diesem verdammt Kull, auch. Das Bild zeigt ein paar Gebäude neben dem. Vielleicht ein von ihnen kann das tun. Das Museum scheint, dass es ein guter Start ist. Ich gehe. Gute Idee. Mike, denkst du, du kannst sie mit ihr? Natürlich. Ich werde die Gebäude über dem Berg. Okay, dann. Kenny, du, äh, du mit Rebekah, und ich werde die Perimeter für Walkers checken. Sarah? Sarah? Du bist hier mit Rebekah und Kenny, okay? Clem... Kann geschehen. Kann geschehen. Aber ich dachte, wie wissen wir, Janie wird einfach weg. Vielleicht sollte man mit ihr gehen. Sicher, dass sie zurückkommt. Was meinst du damit? Du weißt, sie scheint nicht zu viel zu sein. Und sie hat die Hände sehr schnell. Ich denke, es könnte nichts sein. Jetzt hat sie uns geholfen, ja. Irgendwie mag ich die nicht. Ich gehe mal mit der Jane. Die mag ich am meisten. Ich gehe mal mit der Jane. Die mag ich am meisten. Wo bist du? Haben wir hier irgendwas? Nein. Wo bist du? Du sollst doch was suchen. Komm, lass uns Sachen suchen. Gerne doch. Komm, lass uns den Dach probieren. Ich mag die Höhe. Hast du was hier gefunden? Oh, uh, noch nicht. Ich habe wirklich nicht angefangen, bis du kamst. Ich hoffe, dass dieses Ort ist das, was wir suchen. Ich weiß, dass wir eine Pause haben können. Okay. Okay. Wer weiß, was könnte da sein. Do you think you can pick the lock? I should be able to figure something out. Maybe this will work. A nail file? Versatility is not overrated. Okay. Okay. You know, uh, it wouldn't hurt to try a heavier hand with this thing. See if you can find something bigger. We might need to bust the mechanism. All right. You think this thing still works? Hm. Check the muzzle, Napoleon. Hm. Oh. They fill them with cement, so they're safe. All right. Okay. Ich glaube, es ist verbrannt. Okay. Ich glaube, es ist verbrannt. Suchen wir mal weiter. Vielleicht ist hier was drinne. So. Find anything? No. No. Not even trash. So. Ein bisschen Geschichte. Civil War. 1863. Nicht der Bürgerkrieg oder so. Hallo. Kann ich ja nicht weiter. Geht so traurig. Guckt so traurig. Hm, hm hm. Hm, hm hm. Hm hm. Nichts. Du denkst, es wird wärmer in da? Es ist so kohol hier. Es wird zumindest die Windschel weggehalten. Das ist besser als nichts. Kann ich irgendwie rein, oder nicht? Hä? Soll denn hier noch was sein? Hm, 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 hm. Ich finde doch aber nichts, ja. Es gibt ein paar Gebäude über den Berg. Ich denke, ich kann eine Kirche sehen. Die Nähe der Berggröße ist ein Miles auf. Rebekka würde es nicht in ihrer Kondition. Jane, jemand kommt nach uns. Er kommt hier. Er kommt hier. Und wer weiß, ob er hat Freunde bei uns. Er kommt hier. Aber wir sollten ihn aus und sehen, was er geht. Er kommt hier. Wir haben genug auf unsere Pläte mit einem Baby kommen. Wir brauchen noch jemanden zu erzählen über die neue Easy Targets in der Nähe. Ich will ihn so, dass du hinter ihm kannst. Gut. Geh jetzt! Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ? Ich sage mir sowas. Ich möchte nur mit dir sprechen. Du verstehst mich? Ja. Komm an, nimm deine Waffe runter, Junge. Okay. 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 No, 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 take whatever you want but don't take the medicine. It's for my sister. My older sister, she is sick. The pain makes her cry and that makes those things come. Please. If that medicine is for your sister, why are you hiding it in the garbage? I, I need to keep it, I need to keep it safe. Sister or not, we can really use that stuff. No, you are not nice people. You have already left me defenseless and now you, you take my sister's medicine? You are worried. Hey, we've got people who are suffering. Who need this medicine? Luke's still a wreck after Carvers. Kenny's a mess. Rebecca's in pain. Look at all of it. Clementine, we need that stuff. People are suffering just as much as yours. You are not special. Clementine, yes, you ma- Is that just our? Ha. I'm sorry, Arvo. We need these. You will wish you hadn't done this. Oh, what are you doing? You don't have to do this. Just let me go. Jane, what are you doing? Don't you ever come around here again. I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Can't believe I've gotten into this mess. Taking some stupid kid stuff. Like a bandit. I thought we were just gonna talk to him. I needed to make sure he didn't come back here again. Oh, oh. Go bring those bags to the others and bring everybody back here. I'm gonna get this place opened. Then we need to get moved in ASAP. But we need this stuff too. Is that not a wrong decision? Huh. You don't know it. Clam! Clam! Hey! Any luck with that observation deck? We're just checking out Rebecca and Kenny. They said they hadn't hurt from me in a while. Kind pistolen. Oder Jugendliche. I don't guess there would be much, but Jane seems pretty resourceful. Jane and I were trying to open the gift shop and a stranger showed up. He had a lot of medicine. So we took some. What? You robbed him? Seriously? You stole meds from somebody? Rebecca needs them. I know, but... Where is this guy now? Jane took his gun and chased him off. I guess Jane's really rubbed off on you. Is Jane still up there now? Yeah. She's trying to get the gift shop opened. No, I can't figure her out. She really lays it on the line, but at the same time she doesn't show you anything that counts. I'm never quite sure if she just done like people or just plain out done like me. I like her. She's honest. And she knows what she's doing. Oh yeah. Yep. That's more than I can say for some. Jane seems like the kind of person who gets tempered by hardship, you know? But when I look at Kenny now, he just, he seems broken. Broken people get reckless. I know you got a history with him. Look, I think he's a good guy. At least started as a good guy. But I just think he's had to take more than he can handle. Are you any better? Is anyone... Whoa, whoa. Hold on. I didn't mean... I just want to survive. And that means picking the right side. Mhm. Wahre Worte. Manchmal in dem Spiel hier. I need to tell the others about the deck. Yeah, good. I will, uh... I'll see you back there. Alright. I'm not supposed to be in labor yet, Kenny. What if something's wrong? Nothing's wrong. Baby's know how to be born. Clementine. What'd you find? The building around back has an observation deck. Somewhere the baby will be safer? It's coming so much faster than I thought. I told you. You're getting yourself all worked up over nothing. It's high up, so it should be safe from walkers. Sounds good. As soon as Mike and Bonnie are back, we'll go. Hey, Clem. I'm glad you made it back safe. How are you feeling? Scared. And it hurts. I wish Alvin was here. Hmm. Everything Alvin did was for you and the baby. Back at Carver's. In the office. He stayed behind to stop the people chasing us. He died to keep us safe. Jesus. Of course. Of course he did. I know it's a waste of time. But I can't stop thinking about things I should have said to him. Things I should have talked to him about. How am I ever going to do this without him? We'll all help you keep the baby safe. Oh, yeah? You're a good kid, Clementine. I'm glad you'll be there to watch out for this baby. Oh, shit. I got this. We ain't seen Mike and Bonnie in a while. And I'm not saying I don't trust him. But I'd appreciate it if you went and checked up on them. Yeah, go ahead. I'll be fine. Oh, Handy. Are you okay, Kenny? Sure. Why wouldn't I be? Hmm. That we don't know exactly. How are you feeling, Rebecca? And what was gonna hurt, Clementine? But I didn't think it would hurt like this. Jane and I found some medicine. Is it safe for Rebecca to take? Hmm. Well, should make her more comfortable anyway. Clementine, you are my favorite person in the entire world. Okay, okay. Ohne was zu trinken. Einfach mal hintergeschluckt trocken. Einmal frei. Ich gucke mich mal noch ein bisschen um hier. I will emissarlate all of us if, like, Хорошо. We will do this time, you know? I will lift up gold and iron. We will lift up gold. I will bring you to myуры outfug. Untertitelung des ZDF, 2020